Nach eurer Sendung bin ich mit Joko essen gegangen. Und wenn man mit Joko essen geht, dann ist man immer am Ende ganz besoffen. Ich weiß. Wo seid ihr denn hingegangen? Wir waren im Restaurant. Das interessiert doch gar keinen. Welches Borcherts wart ihr? Weißt du, was Witziges passiert ist? Und das ist ein etwas... Es gibt so legendäre Sachen, die immer witzig sind. Zum Beispiel, wenn so ein Geräusch kommt und jemandem geht so der Hut hoch. Das ist immer witzig. Und Joko ist was vergleichbar Witziges passiert. Und ich muss jetzt noch daran lachen, wenn ich daran denke. Und zwar ist ihm mitten im Gespräch, in so einem engagierten Gespräch, ist ihm ein Brillendass rausgeploppt. Es hat wirklich einmal Plopp gemacht und es fiel einfach das Brillendass raus. In die Suppe? Nein, einfach nach vorne raus. Joko hat ja so eine ganz schöne, aus einem goldenen Draht, wahrscheinlich ist es Platin auch, aus Platin gegossenen, dünnen Brillenrahmen. Und da stehen diese Gläser aber wohl so unter Spannung, dass es einen richtigen Plopp gegeben hat. Ja.